So, hallo zusammen und willkommen zur ersten Folge des Python-Kurs hier auf dem Kanal Datenschauer. Mein Name ist Stefan und wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir Python unter Windows installieren. Dazu gehen wir auf die Seite python.org und hier finden wir schon, wenn ich mit der Maus auf Downloads gehe, dann zeigt mir die Seite auch schon an, Download for Windows, hat natürlich erkannt, dass ich da auf Windows bin und ich möchte hier die aktuelle Version von Python, die Version 3.10.0 herunterladen und gerade Anfängern, die jetzt einsteigen wollen in Python, empfehle ich diese Version. Da hier vor allem die Fehlermeldungen, also wenn ihr irgendwas etwas falsch macht und Python dann rummeckert und euch eine Fehlerausgabe anzeigt, dann ist das stark überarbeitet worden und es ist jetzt viel klarer, was man eigentlich falsch gemacht hat und das finde ich natürlich für Anfänger genial. Ansonsten müsst ihr eigentlich nicht darauf achten, welche Python-Version ihr verwendet. Ihr solltet auf jeden Fall Python-Version 3 verwenden, also 3 plus aufwärts und ob ihr jetzt da, was ist da so draußen noch, vielleicht 3.7, 3.8, 3.9 oder 3.10. Das ist eigentlich gerade für den Anfänger völlig egal, aber mein Tipp ist 3.10. Aufgrund der überarbeiteten Fehlermeldungen, der vereinfachten Fehlermeldungen, ist es echt vorzuziehen für Anfänger. Okay, wir klicken hier auf den Download, lädt hier runter und wir öffnen das Installationsprogramm und wir wollen das installieren. Standardmäßig wird hier in Update the Local Programs Python installiert und es kommt auch ein kleiner IDE, also ein kleiner Editor mit Python mit, außerdem PIP. PIP ist das Programm, mit dem ich mir Python-Pakete herunterladen und installieren kann. Das heißt, damit kann ich Python erweitern und natürlich die Dokumentation ist dabei und ganz wichtig, es werden Shortcuts und File Associations angelegt und jetzt hier unten, ganz wichtig, unbedingt hier add Python 3.10 to path. Das hier unbedingt mit anklicken, damit ich dann, wenn ich Python aus einer Kommandozeile heraus aufrufe und auch PIP, dass es erkannt wird. Okay, wir gehen auf Install Now. Das geht relativ schnell. Und da sind wir auch schon fertig. Wir schließen das Ganze. Wir gehen einmal in unser Windows-Menü hinein und geben Python ein, klicken hier auf Python und es wird uns eine Konsole geöffnet mit einer Eingabe-Aufforderung für Python und wir können hier sowas schreiben wie 2 plus 2 und da kommt viel raus. Also das Ganze funktioniert. Wir können das Ganze schließen mit Exit und einer offenen und geschlossenen Klammer und gehen da raus. Jetzt probieren wir noch, ob der Pfad auch richtig angelegt wurde. Das heißt, wir gehen wieder in unser Windows-Menü, schreiben cmd, gehen damit in die Eingabe-Aufforderung und geben mal ein Python-version und wunderbar, Python 3.10.0 wurde erkannt und dann geben wir noch ein pip-version und wunderbar, auch pip wurde richtig installiert. Damit haben wir Python auf Windows 10. Das Ganze funktioniert natürlich genauso unter Windows 7 und Windows 11 gleich. Haben wir Python installiert und wir können es jetzt mit dem Editor oder der IDE unseres Vertrauens benutzen. und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge und steigen ein in Python und schauen uns an, was wir damit alles so machen können. Bis dann, bleibt dran, drückt auf Abonnieren, drückt auf das Glöckchen, damit ihr wisst, wann das nächste Update kommt und ich freue mich auf euch. Ciao, ciao! Ciao!